Heute gibt es das tolle Effektgerät mit dem Namen Vibra Slap. Im Vibra Slap sind ganz einfach kleine Metallstifte, nicht befestigt, aber gefasst, so dass sie locker springen können. Festhalten, einen kleinen Schlag auf die Kugel und los geht's. Ihr seht, die Vibration geht durch und dann fängt es an, natürlich zu vibrieren. Vibra Slap. Gibt es auch Metallstifte am Ständer zu befestigen, das geht auch noch immer, das machen wir heute nicht, aber das ist der Vibra Slap. Früher gab es Zähne von Tieren in der Füllung, heute sind es Metallstifte, früher waren es die Zähne im Vibra Slap und ciao.